Nein. Äh, dass sie reinkommen. Du, du und du. Ich brauch was Präziseres. Schuss. 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 Munition ist irgendwie mit mich echt doof am Anfang. Also... Aber ich weiß auch nicht, warum man nur fünf Magazine mit dabei hat, wenn man auf ein Gefängnisschiff geht. Schuss. Oh Ich glaube, der ist die Muniz war nicht der. Das ist Jack. Also, diese Fesseln sind ja komplett für den Arsch, ne? Warnung, Warnung. Sollte, das könnte gut sein. Das ist wertvoll. All guards restore order, lethal force authorized, but don't kill Jack. Checks lock down, lock down. Sektor 7, 9, and 11 have lost life support. No survivors. Grabbing cover! Wo waren wir hin? Das sollte ihn schlafen. All Presenter, zurück zu dir sofort, oder ich öffne jeden Ahrlock auf dem Schiff. Ähm. Überladen alleine wird nicht reichen. Komm, wieso hat er direkt ein Kollektoren-Sturmgewehr? Wtf. Wtf. Fuck So, hier ist auch noch eine Schrotflinte. Ich muss schmettern auf jeden Fall als nächstes. Es geht ja nicht, wie schwach das ist. Die Hull wurde in Sektors 12, 14 und 30 gegründet. Keine Gegründer. Nein, nein. Also Sturmangelf natürlich auch, weil das ist eigentlich... In West Effect 2 noch nicht so, aber in West Effect 3 ist das eigentlich die Hauptfähigkeit von Kämpfer. Und die ist ziemlich cool eigentlich. Ich weiß. Ah, kann ich hin? Nein, den Rand. So, mein Discord-Videal ist oft war alle inkompetent. Ich weiß ehrlich, von Garriss erwartet er aber echt mehr. Fast. Fast. Haha. Ich habe seit der Pistole fast leer geschossen, aber hat doch geklappt. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Du bist ein wertvoller Shepard. Ich könnte dich verholt und leben wie ein König. Aber du hast zu viel Probleme. Ich kann mich wiederholen, Jack. Das ist nicht passiert. Du bist ein zweifelter Schlauch, und ich habe keine Zeit für dich. Ich mache die schwersten Dinge, die die Regierung des Zivilen nicht bereit sind. Das ist für die Gäste der Galaxie. Was ist hier? Ah. Einmal. Schön, dass sich die Deckung auch für mich hochklappt. So, weit muss ich hin. Alter, das ist auch ziemlich effektiv. Ja, das Problem ist, er hat eine Renovant und das ist eigentlich das beste Sturmgewehr mit MS-Fact 2, so viel ich weiß. Can't reach the target. Now that one! Stop! Cerberus. Was willst du denn? Du bist in einer schlechten Situation und ich werde dich wegwerfen. Scheiße, du klingst wie ein Scheiße. Ich gehe nicht mit dir. Du bist Cerberus. Ich arbeite mit Cerberus für jetzt, weil sie mir helfen können. Mit ihnen? Für ihnen? Ich will nicht. Du bist in einer Cerberus-Frigate, um mich zu irgendwoher wegzunehmen? Du denkst, ich bin dumm? Was haben sie für eine Waage? Das Land geht in Flames. Wir können dich zur Sicherheit und wir fragen uns für deine Hilfe. Wir können sie einfach wegwerfen und nehmen sie. Ich würde sie versuchen. Wir werden sie nicht attackieren. Gut, gut. Schau, du willst mich mit dir kommen? Ich mache es für meine Zeit. Schau, was du denkst? Ich glaube, dein Schiff hat viele Daten der Cerberus-Frigate. Ich will nach diesen Daten, sehen, was Cerberus hat auf mich. Du willst mich auf deinem Team? Lass mich durch diese Daten. Ich gebe dir vollen Zugang. Shepard, du bist nicht verpflichtet, das zu tun. Oh, es verletzt den Schiff. Auch besser. Du bist besser direkt mit mir. Warum stehen wir hier? Geh raus. Ich wollte mal anmerken, die Normandy ist eigentlich ein Unikat. Also es ist eigentlich ein Prototyp. Woher weiß Jack, dass es eine Fregatte ist? Willkommen in der Normandy, Jack. Ich bin Miranda, Shepard 2. in der Kommandant. Auf diesem Schiff, folgen wir Orte. Sag dem Cerberus-Frigator zurück, Shepard. Ich bin hier wegen unseres Geldes. Miranda wird dich in das System lassen. Lass mich wissen, was du findest. Hörst du das, Precious? Wir werden Freunde sein. Du, ich und jedes schreckliche kleine Geheimnis. Ich werde hier unten in der Hälfte reden. Oder irgendwo neben dem Boden. Ich mag nicht viel Durch-Trafik. Schau deine Leute aus mir. Das ist besser so. Schadensschutz. Das klingt sinnvoll. Sollten wir uns holen. So, und wenn wir schon dabei sind, wir haben ja auch immerhin den Brandy gekauft. Schauen wir uns, wasst den Leer für eine Menschen so sagen. Soll ich die Person, wasst da nicht die Person? Es gibt keine Person, die ich welche oder ich sollte. Gut zu wissen. Ja, ich weiß das. Wie kann ich dir helfen, Kommando? Ich habe ein Pferd für dich, Doc. Seri's Ice Brandy? Du hast es nicht. Danke. Ich habe immer noch nicht öffnet diese Bottle ab, wenn ich noch nicht konnte. Ich werde nicht das gleiche Fehler wieder machen. Warum öffnen wir diese Bottle hier? Jetzt. Du und ich. Ich nehme einen Reinscheck. Ich werde hier sein, wenn du deine Meinung verändern kannst. Also es soll schon was zu feiern geben. Hallo? Ah, wir können ja auch mal grad gucken, ob wir mal Gareth irgendwas erzählen können. Aber ich glaube, wir können die Nachricht nicht an ihn weitergeben. Schöpferd. Du brauchst mich für etwas? Hast du irgendwelche Ideen für die Normandie-Systeme bekommen? Ein paar, ja. Hier, schau mal. Oh, nice. Dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Dann. Dann nicht. Dann schau mal die noch nicht ab. Was gefunden? Wollen sie ein besseres Quartier? Wollen Sie, dieser船 ist eine Powerhouse. Sie können als Pirate gehen, leben wie ein König. Ich könnte helfen. Wir müssen die Collectoren. Ich habe keine Zeit für Piraten. Wenn das getan wird, werden wir entweder sterben, oder hier im Raum, mit dieser船. Ich glaube, es ist ein bisschen komisch. Das ist keine Frage, was das hier ist. Das ist ein Aussagesatz. Ähm, was hat denn Joker noch dazu zu sagen, abgesehen davon, dass ich mal mit Morde noch mal reden will? Vielleicht hat er auch noch ein paar Upgrades. Shepard, wie kann ich dir helfen? Any ideas on other ways to prepare for the Collectors? Ideas, yes. Expensive, but possibly valuable. Can show you. Aha. Aber nur für ihn, ne? Äh, was ist das hier? Schadenschutz. Habe ich doch. Oder brauche ich noch eins? Das ist jetzt natürlich Kuppenbronus. Ah, Schadenschutz 1 habe ich. Ich finde es so affig, dass man zumindest nicht mal an Bord der Normandy vernünftig sprinten kann. Okay, Shepard, glad you're back, but keep an eye on that last one. We can only hold so much crazy. I assume everything is going well up here? It was, until the thing started questioning my every move. It won't let anything slide. You were deliberately falsifying maintenance reports, Mr. Moreau. Not falsifying, tweaking. I always round up on task times. It makes us look good when we come in under. What is this, high school? Both of you find something better to do with your time. Of course, Shepard. It is a minor issue. With a nuclear response? Joker. Shutting up now, Commander. That's it for now. See you, Commander. High school? Oh, eher Kindergarten. Ich muss es wissen, ich arbeite in einem. Ich muss es wissen, ich gehe halt. Oh, ja, ich arbeite in einem. Ich habe dich distracte.